moin und herzlich willkommen zu 835 in rohstoff tagesausgabe der formations data am dienstag dem zweiten september 2014 bevor wir uns gleich mit dem zackertum des tages beschäftigen vorher was viel wichtigeres heute in einer woche also für die meisten von ihnen die chance dann am mittwoch weil es ja schon dienstag 21 abends ist also gestern in einer woche wie auch immer dienstag 9 september 2014 haben wir wieder ein webinar kostenfrei für sie sind sie ganz herzlich eingeladen sich anzumelden thema ist cfd versus ko schein ganz klarer punktsieg habe festgestellt dass zu viele leute cfds traden obwohl sie gar nicht wissen wie es funktioniert oder die traden es gar nicht weil die sagen ich habe gehört das ist gefährlich dann mache ich lieber ko schein ohne stop loss und auch ohne dass ich einen trigger eingeben kann und nur mag ich da rein okay damit sie das nicht mehr machen müssen machen wir genau dieses webinar und vor allen dingen erkläre ich ihnen das aus sicht eines traders zeigt ihnen die vorteile vom cfc trading ich zeige ihnen auch die gefahren damit sie ganz genau verstehen können wann man sich dafür entscheiden sollte und wann man sich nicht dafür entscheiden sollte sind sie ganz herzlich eingeladen sich das anzusehen und damit der blick auf die rohstoffe liste und heute ist mal wieder kolkarte werbung angesagt denn fast alles rot heute nur kupfer plus 0,16 prozent ansonsten schneiden sich an es geht los platin minus 1 prozent silber minus 1,5 prozent gold minus 1,7 prozent blind minus 2,2 prozent palladium minus 2,6 prozent gasolin minus 2,6 prozent und dann geht es los mit den zackertum zahlen cloud minus drei prozent und oba zackertumski natsche gas minus 4,3 prozent wir schauen auf gold und ich muss ihnen sagen dass was hier gerade bei gold passiert beunruhigt mich nicht so sehr es ist nicht schön dass wir diese horizontale zone aufgeben dass wir diese aufsteigende trendlinie nicht aufgegeben haben und vor allen dingen es war zwar ein bisschen mehr volumen da aber es war jetzt nicht so dass ich das gefühl hatte die ganz großen schmeißen jetzt hin aktuell ist aber auch gerade 20 uhr 45 da müssen wir abwarten wie denn jetzt der markt am ende schließen möchte was in der letzten handelsstunde passiert was mich eher beunruhigt ist was silber macht auch wenn es heute nur minus 1,5 4 prozent macht denn wir geben hier eine kreuzunterstützung auf jetzt kann man sagen naja also diese aufsteigende trendlinie war ja schon mal bärisch aufgelöst worden und vielleicht ist nicht mehr die die valide linie ich verschiebe es nur ich nehme es nicht weg sondern das ist die neue linie hier unterstützung hier unterstützung hier unterstützung naja okay wenn ihr meint kann ich damit vielleicht noch leben aber womit ich nicht leben kann ist dass diese trendlinie bärisch aufgelöst wird jetzt kann man sagen ja aber der schatten hier der ist noch nicht bärisch aufgelöst worden das finde ich eher beunruhigend zumal man sagen muss gold ist zuletzt nicht vorgelaufen sondern zuletzt ist silber vorgelaufen ich hatte ihnen am wochenende gesagt ja wir sind zwar hier oberhalb der 200 tage linie und wir haben es geschafft hier die 1285 zurück zu erobern aber dabei geben darauf gebe ich nicht viel meine meinung ist von dem was ich hier sehe aber es gab kein setup dafür dass der markt noch mal eine welle machen kann aber das was ich gemeint habe war 1270 das was ich gemeint habe war nicht durch die 1270 und jetzt hier mit dem tief im bereich von 1262 warum beruhigt mich jetzt beunruhigt mich das was gold macht nicht so sehr weil wir hier im vier stunden chart immer noch diese bärische bewegung machen nachdem wir den starken anstieg hatten und wir laufen in diesem trendkanal und es gibt kein trendkanal bruch dieser trendkanal bruch nach unten diese beschleunigung nach unten das wäre ein extrem bärisches zeichen wenn das passierte wie ich was gold angeht absolut beunruhigt und ich werde auch beunruhigt sein falls gold hier noch so ein bisschen runter kommt und dann so ganz langsam und quälen und mit ganz kleinen kärtchen und ohne volumen sich dann so in richtung 1270 hochquält dann werde ich auch beunruhigt sein wenn die hier eine unterstützung dann kraft findet ist das okay dass der hier durchgeht ist schon eine potenzielle schwäche aber es ist nicht so dass sie sagen würde okay game over das ist jetzt der ist auf jeden fall in richtung 1200 unterwegs ich hoffe dass das verständlich ist was ich ihnen sagen will diese kerze ist nicht schön diese kerze ist ein zeichen der schwäche solange aber hier dieser kanal auch über den vier stunden chart das noch gehalten werden kann und solange wir hier kein extraordinär hohes volumen auf der bärischen seite sehen bin ich nicht beunruhigt das wird sich aber in den nächsten tagen zeigen morgen das tiefere tief deutlich wahrscheinlicher irgendwas zwischen 1258 und 1255 wenn er stärke zeigen will und wenn er schwäche zeigen will dann zackertum einfach durch die unterstützungen durch aber tieferes tief wahrscheinlicher schafft das morgen doji zu machen und dann wieder stärke rein zu kriegen alles gut schafft er das nicht wird er weiter abverkauft dann hat gold potenzial in richtung 1200 zu laufen läuft einfach die nächsten tage hier bärisch seitwärts große gefahr für eine fortsetzung der bärischen bewegung man muss sagen es ist jetzt dunkel gelb es ist noch nicht rot es ist kein markt wo ich meine position neu eröffnen wollen würde man kann hier zum held werden jetzt hier kaufen und morgen zackertum wahnsinnig große weiße kerze und hast du nicht gesehen und 1 2 3 aber wir wollen nicht helden sein wir wollen feige sein ich würde hier nicht kaufen soll er doch erst mal zeigen dass er was kann soll er mal hier eine weiße kerze machen soll er mal volumen bringen da bin ich dabei aber vorher bitte ohne mich auf der bärischen seite wenn der hier schwäche zeigt wenn der volumen zeigt ist wirklich potenzial unterhalb dieser trendlinie in richtung dann auch 1200 zu laufen das ist das potenzial was hier gegeben ist was mich ebenfalls interessiert warten sie ich sage ihnen ja immer wieder und vielleicht viel zu selten es geht ja immer wieder um hauptbewegung nebenbewegung nächste hauptbewegung nächste nebenbewegung im Grunde genommen geht es die ganze zeit darum wenn wir jetzt gesagt hätten und gesagt haben durch das volumen könnte das hier eine hauptbewegung sein und das ist eine nebenbewegung ist das erstmal passé aus folgendem grund wir sind jetzt nämlich amtlich unterhalb der 61,8 also richtig amtlich und damit können wir hier nicht von einer nebenbewegung dieser hauptbewegung sprechen sondern man muss sagen diese bewegungen sind gleichwertig okay wir haben eine abwärtsstrecke die erste abwärtsstrecke war stärker als die zweite abwärtsstrecke jetzt könnte ich das ja so machen dass ich das jetzt hier kopiere und da hinsetze und für alle für alle die das gerne auch zeigen möchten geben sie gerne die quelle an jetzt könnte ich es hier hinsetzen und sagen Mensch guck doch mal das hier ist kleiner als das also das ist jetzt eine neue bewegung für sich selbst hauptbewegung nebenbewegung hauptbewegung nebenbewegung hauptbewegung könnte ich ja sagen Mensch diese hauptbewegung ist ja noch kleiner als die und dies noch kleiner als die ja haben moment die hauptbewegung ist noch gar nicht fertig die hat gerade möglicherweise angefangen und das ist auch etwas was ich sehen will was passiert denn jetzt mit dieser bärischen bewegung hat die noch kraft oder hat sie keine kraft das ist auch etwas was mich interessieren würde was ich aber nicht versäumen möchte ihnen zu sagen ganz wichtig ist mir ich hätte ihnen gesagt leute alles was zwischen 1280 und 1270 ist eine große potenzielle unterstützungszone und kann man kaufen wir haben es nicht gemacht weil wir selber gekauft hatten zeige ich ihnen auch gleich entscheidend ist wir dürfen hier nicht mit runterfallen wir dürfen nicht mehr 55 50 dürfen wir nicht bärisch aufgeben ansonsten hat der markt wirklich ein ernsthaftes problem und das setup ist überhaupt nicht mehr gegeben ich zeige ihnen noch ganz kurz GLD wo haben wir den also es ist heute schon volumen reingekommen aber kein vergleich zu dem kein vergleich zu dem als wir hier mit einer bärischen counter kerze reingegangen sind noch hier sind wir immer noch in diesem kanal drin die frage ist schaffen es die bären unter diesem kanal durchzücken oder schaffen es die bullen wieder drüber zu kommen das ist für mich die entscheidende frage die ich heute jetzt aktuell nicht beantworten kann das was ich beantworten kann ist ja es ist mehr volumen für diese große lücke die entstanden ist ist das volumen nichts was mich jetzt beängstigen würde wie sieht es denn bei silber aus das ist das was mir halt nicht gefällt dass silber eben unter diese ehemals trend begrenzende linie die mit volumen volumen gebrochen worden ist wieder drunter fällt das finde ich nicht gut ganz einfach jetzt kann man auch hier wieder diese linie darzeichen und sagen ja der kann noch ein bisschen und setup und so weiter und so fort kann auch alles sein dass er das jetzt hier wirklich noch mal signifikant runter fällt unter diese beiden linien sieht schwach aus und das ist mein problem gerade was ich in diesem markt sehe aber auch hier nicht besonders viel volumen auf der bärischen seite nichts daran dass silber hier ordentlich abverkauft worden ist und die ganzen kleineren zeiteinheiten die sehen aktuell nach wie vor schwach aus die frage die sich hier wiederum stellt ist warten sie vielleicht kann man es noch besser über den sechs stunden chart sehen habe ich das noch drin also wir hatten ja hier eine trend begrenzende linie bullisch aufgelöst und hat ihr aufgesetzt 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 und jetzt tauchen wir wieder ein so halten wir jetzt diese linie die kann hier noch mal im bereich von 19 dollar getestet werden oder brechen wieder durch ganz entscheidende frage was wir morgen hier nämlich machen wollen ob wir hier diese signifikant tieferen tiefs machen wollen und wenn wir das machen wollen 18 80 auch per wochen schlusskurs ganz entscheidende und wichtige zone ich muss ihnen ganz ehrlich sagen ich habe nicht gedacht dass wir noch mal hier hinkommen würden wir letzte woche das höhere hoch gemacht und jetzt machen wir wieder das signifikant tiefere tief wir kommen wieder entscheidenden unterstützungen 18 80 18 60 näher silber sieht deutlich schwächer aus ich hatte ihnen das will ich ihnen noch ganz kurz zeigen am wochenende gesagt dass die energiewerte interessant sein könnten wenn sie mal ein stück zurückkommen würden und die sind ein stück zurückgekommen vielleicht kann ich ihnen das anhand von crude zeigen denn bei crude hatte ich ihnen gesagt wenn der markt hier über den stunden schatten noch mal so in richtung 95 10 95 kommen würde könnte interessant werden hier wäre auch die 20 tagelinie hier wäre ja auch noch eine horizontale zone der potenziellen unterstützung jetzt schauen sich das mal an tieferes hoch tieferes hoch tieferes hoch tieferes hoch tieferes hoch tieferes hoch mittlerweile längst durch die 20 tagelinie durch da gab es überhaupt kein setup der dollar sah auch noch stark aus also es gab hier keine potenzielle stärke an der unterstützung das haben wir auch nichts gemacht wird massiv abverkauft volumen können sie hier nicht bewerten muss man es am nächsten tag gucken was hier mit diesem volumen wirklich los ist in diesem sinne morgen übermorgen ganz entscheidende wichtige tage für uns und für die edelmetalle selbstverständlich sind wir dann für sie da schauen wir gemeinsam dann auf die kurse sie sind ganz herzlich eingeladen sich zu unserem webinar anzumelden morgen vormittag forex ausgabe nicht zu vergessen und natürlich swing und daytrading ausgabe und silvio ist für sie da mit einer neuen ausgabe zu den us amerikanischen indizes denken sie dran der stop loss der ist so eminent wenn der markt anfängt gegen einen zu laufen damit man dann abends wieder beruhigt ins bett gehen kann am nächsten morgen auch beruhigt aufstehen kann und auch noch dein depot die kraft hat damit du dann neue setups tradest bitte traden sie wann immer sie traden mit einem stop loss für heute ist definitiv alles entscheidende gesagt vielleicht noch eins mein name ist haben wir dessen achari und ich wünsche ihnen dass sie gesund bleiben es ist egal was die märkte machen hauptsache sie bleiben gesund das ist das aller 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 wichtigste und wenn sie mögen bleiben sie uns formations tradern doch bitte gewogen